Musik Ich bin in der Siebdruck-Gruppe. Cool. Woran arbeitet ihr denn da gerade so? Wir Siebdrucken. Und was Siebdruck? Auf Beutel. Okay. Und hier Siebdrucken, das Schuh-Logo. Und warum hast du die Gruppe gewählt? Weil ich mich immer dafür interessiert habe und ich mal machen wollte. Wir benutzen Farbe und eben dieses Sieb und Beutel. Und ich kann euch auch schon Fertiges zeigen. Ja, sehr gern. Das ist mit Kuhlau. Sieht sehr schön aus. Ja. Okay, dann vielen Dank für deine Zeit und Tschüss. In welcher Gruppe arbeitest du? Ähm, in der Mosaik-Gruppe. In der Mosaik-Gruppe und Holz-Schnitts-Gruppe. Und woran arbeitet ihr? Ähm, einer Manga, die Sport macht. Und wir schnitzen mit so einer Lehne von der Bank. Cool. Warum hast du diese Gruppe gewählt? Warum hast du diese Gruppe gewählt? Ähm, weil ich gerne an Sachen wie Design oder Kunst arbeite und ich es interessant finde. Wie weit seid ihr schon? Ja. Wir legen gerade die Figur. Ja. Und hast du schon Erfahrung in diesem Bereich? Ähm, beim Zeichnen ja, beim Mosaik nicht. Cool. Warum habt ihr die Gruppe gewählt? Weil wir schon immer Mosaik machen wollten. Und ähm, wir sind total interessiert und finden das einfach toll. Und was für Werkzeuge benutzt ihr? Hammer und Zange. Habt ihr schon Erfahrung in dem Bereich? Nein. Nicht so wirklich, also beim Schnitzen vielleicht ein bisschen, aber sonst nicht. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. In welcher Gruppe seid ihr? In der Wandmalgruppe. Ja. Woran arbeitet ihr? Ähm, wir sollten eine Wand anmalen. Jetzt malen wir eine Betonplatte an. Ähm, warum habt ihr diese Gruppe gewählt? Weil wir eine Wand anmalen wollten. Aber wir wollen auch noch Schnitzen und Beton benutzen. Ja. Sehr schön. Und habt ihr schon Erfahrung in diesem Bereich? Nope. Nein. Also alle Baustellen und alle Baubereiche kommen gut voran. Und, ähm, wir sind da ganz gut im Zeitplan. Aber es ist viel Arbeit und, äh, wir haben ehrgeizige Ziele gehabt. Und die setzen wir jetzt konsequent um. Okay. Äh, wo helfen Sie so mit? Also mein Bereich ist die Steinbildhauerei und da haben wir, äh, zwei Arbeitsbereiche. Der eine Arbeitsbereich ist die Wipplounge, die hinter dem Tor am Sportplatz steht. Und der andere Arbeitsbereich ist vorne im Eingangsbereich. Da machen wir eine, eine Sofa-Bank. Die besteht aus Teilen Natursteinen und Teil Betonelementen. Und, äh, da sind wir gerade an der Umsetzung. Okay. Dankeschön. Ja, gerne. Hallo. Wir sind die Mediengruppe und heute zeigen wir euch, was wir alles im Großen und Ganzen gemacht haben. Also wir haben einen Blog von Wordpress. Also auf Wordpress. Und da haben, stellen wir die verschiedenen Gruppen von dem Bauhüttenprojekt vor. Und auch verschiedene, äh, man kann auch Bilder sehen und so. Ja. Dann schneiden wir auch noch Videos. Also wir schneiden die Interviews zusammen, ähm, mit dem Programm FireCut Pro. Und die werden auch auf dem Blog hochgeladen. Und wir haben auch eine Wall of Fame. Da sind die einzelnen Schüler von dem Projekt aus unserer Stufe immer entweder zu zweit, zu dritt oder einzelt vor einer Band, die selbst bedruckt wurde von München ab. Ja, dann haben wir noch GIFs auf gifi.com gemacht. Die sind auch alle bei den Blogs dabei. Ähm, ja. Unser Team besteht aus... Elf. Elf, genau. Elf Menschen. Also elf Kindern und zwei Anleitern, die uns dabei helfen. Ähm, wir haben ein Online-Redaktionsteam, ähm, Tonkamera und Regisseur. Und ein Fototeam haben wir noch. Genau. Und jetzt geht's weiter zur... Zum Making of. Ja, Film. Ich kann kein Bild machen. Anne! Und dem bist du gerade? Anne! Mach's aus! Ich finde das amüsant. Ja, merk mal. Ich hoffe, du hast gefilmt, wie du sagst, ich finde das anders. Ja. Hast du, findest du jetzt nichts? Ja. Ja. Das ist ja RTL. RTL3 oder RTL-Strich-Strich-Strich. Man sieht dich nur im Anschluss. Wie du deine Haare. Hey, du seid ja wunderschöner Haare. Deine wunderschönen Haare. Ich muss auch... Hallo! Stehen. Wegen. Ja, warte. Hallo! Szena 8, Tick 1, unklappt. Ich hab keinen Aufgang. Was muss ich denn machen? Was machst du normalerweise? Nein, so. So. So falten. Genau so. Das ist Sparta! Ton ist an. Wollen wir noch die Gartenleute? Wollen wir noch die Gartenleute filmen? Wollen wir noch Gartenleute filmen? Jetzt geh mal weg, ey. Wollen wir noch die Gartenleute filmen? Hallo! Garten! Leute! Ich weiß, ich schäbe mich. Da sind doch die Gartenleute. Ey. Das ist Gartenleute. Oh, guck mal. Wir haben Michael mitleinander. Auf geht's! Bist du Gartenmann? Bist du Gartenmann? Bist du Gartenmann? Ey, Lavinia, geh mal weg. Aus dem Weg, aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh, ey. Tschüss, das ist hier.